Zwei Ärzte und eine Pflegekraft in einem Krankenhaus in Bukarest sind nach verdächtigen Todesfällen verhaftet worden. Mitte April waren innerhalb von vier Tagen 17 Patientinnen und Patienten auf der Intensivstation verstorben. Die Staatsanwaltschaft wirft den Ärzten vor, einen Plan ausgeheckt zu haben, um die Patienten absichtlich in einen Herz- und Atemstillstand zu treiben. Laut Staatsanwaltschaft wollten die Angeklagten den Tod von Patienten herbeiführen, die nach Ansicht der Ärzte nicht länger am Leben gehalten werden sollten. Sie wurden wegen schweren Mordes und versuchten Mordes angeklagt, die Krankenschwester wegen Main-Aids. Der Leiter des Krankenhauses und der medizinische Direktor sind von ihren Posten zurückgetreten.